Bei so einem Spiel mit dabei zu sein, ich habe so große Erwartungen. Ein Lupfer, ja warum denn nicht? Schießt ihn. Wie groß? Gomez, Gomez spielt den Ball nach rechts. Er schießt. Treffer. Atalanta Bergamo ist direkt wieder im Ballbesitz. Ballotelli. Und er macht sich den Weg frei. Die Schuhe. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Die Zuschauer haben bezahlt und sie... Der kommt weit nach vorn. Gomez. Jetzt versucht der Raum zu gewinnen. Und er zieht, der ist drin. Ballotelli. Der Ball kommt durch. Sucht seinen Mitspieler. Jetzt kann er zum... Das Konto. Atalanta Bergamo. Muss in den 16er kommen und zwar schnell. Ballotelli. Ballotelli. Der muss sitzen. Jetzt da. Und drin ist er. Nehmen wir aus dieser Partie mit, Hansi. Am Ende gibt's das Unentschieden und das ist durchaus leistungsgerecht. Berndach. Auf ecologicalspannung. Das ist eigentliche列. Die Frage im Plan. Wenn died. fortint ist Laddach. Hop There we � books über die Schlusse Bu konflDa. die wunderbar. Die Frage ist due. Er ist auch im Log